Mein Name ist Frauke Berner, ich bin Geschäftsführerin für den Zellagon und das ist eines unserer Lieblingsprodukte der Aprikosenkernölpflegebalm. Es gibt Aprikosenkernölprodukte überall zu kaufen, da haben sie so zwei bis drei Prozent Anteil drin. Wir haben in diesem Tiegel zehn Prozent reines Aprikosenkernöl, damit es auch wirklich wirkt und das ist für uns eine Philosophie und eine Intention immer das Beste zu geben. Musik 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 Mit jedem verkauften Ballen spätten wir einen Euro für die Welthungerhilfe. Helfen Sie uns, anderen Menschen Gutes zu tun. Vielen Dank.